ja hallo ich habe ich wieder es gibt wieder die wohl enttäuschen an diesem donnerstag zum letzten mal einem Donnerstag haben erst mal danach wird's Wochenende kommen Samstag Sonntag aber nicht diesen Wochenende sondern das danach gleich hier live auf Twitch so das kennen wir hier schon das ist der finale Kampf bei dem uns das Spiel das letzte mal noch abgeschmiert ist deshalb werden wir das ganze hier einfach mal gekonnt ignorieren jetzt muss ich mir natürlich erstmal wieder einarbeiten und hoffen dass das Spiel nicht wieder abschmiert so da kommen die ganzen Bogenschützen dann laufen wir mal über die Seite so hallo hallo ja ist bekannt für den Flammen tschüss wenigstens wenigstens so halbwegs läuft läuft und tschüss bis zum nächsten mal wissen paar werden wo getroffen Haha, da passiert nix. Wow. Oh gut, der eine wird getroffen. Ouch. Oh, wow. Oh, up. Gut, der ist weg. So. So, alle ein bisschen nachrücken. So. Wo geht der Schuss jetzt hin? Da hin. Da müssen wir also gleich weg. Und der Kalender kriegt gerade hier mächtig einen drauf. Und Räune auf. Aber der Paladin ist weg. So. 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 Ja, vorbei. Gut, dass wir da hinten in einem Pulk vorankommen. Hey, wir brauchen ein bisschen. Ja, ja, die Bogenschützen kriegen einen drauf. Wow. So. Wow. Wie man mit einem HP einfach noch überlebt. Das Katapult halt. Upsala. Da müssen wir nochmal ran. So, let's go. 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 Mist Ja gut, von da kommen wir gleich weg Tschüss Paladin Will gleich der nächste Kloppe, dann auch Tschüss Der geht darüber So, bisschen anhitten Bing Trifft nichts Ist auch extra so geplant gewesen Der kriegt hier eh nochmal einen drauf Und dann geht's hier nochmal vorwärts Jetzt kriegt jeder gleich mal ein bisschen was ab Und jetzt geht's weiter mit dem nach vorne Schusskatapult Und der Gegner ist am Zug Oh wow Oh wow Okay, das könnte jetzt sogar noch verloren sein, weil ich da gerade mit Gary nichts machen kann. Ja, schade. Ja, hier kann ich nichts kaufen. Egal. Wir sind halt einfach voll. Am Limit. So. Machen wir wieder erstmal diese Split-Taktik. Ein paar nach links, ein paar nach rechts. Die meisten Bogenschützen aber nach rechts. Das hat ganz gut immer noch gepasst. Das war ja da oben auch ganz knapp. Also bei der Brücke kommen wir gut durch. Wir machen ja auch viel kaputt dadurch. Und selbst der große Magus war ja auch fünf Leben nur noch drunter. Also runtergekloppt worden. Die Katapulte waren auch kaputt. Die restlichen. Die Katapulte